So, beinahe die Hand weg hier weg 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 Heroes of the Storm. Ich als kleiner Noba, äh Mob, werde mich hier einfach mal dran versuchen und gucken, wie ich es abschneide. Was ich bisher gemacht habe, ich habe mir einen kleinen Helden zurückgelegt, also wirklich einen kleinen Helden, den Murky. Ein schickes kleines Reitier für ihn. Ein Probespiel hatte ich vorgestern bereits gemacht gehabt. Gestern hatte ich ein Match gemacht gehabt, das ich recordet habe, eigentlich für den heutigen Tag. Da ist mir aber aufgefallen, dass mein Mikrofon absolut beschissen eingestellt ist. Und dementsprechend, ja, habe ich mich dann entschieden, das über den Haufen zu werfen. Und beginne jetzt einfach dieses Match für euch als erstes Heroes of the Storm Video. Geplant ist ab nächster Woche, dass ich hier ein bisschen Gesellschaft bekomme. Ein langjähriger Freund wird mich begleiten auf meinem Weg des Noobs. Auf dem Weg des Kanonenfutters. Denn er wartet sehr, sehr viele Fehler. Totales Verkacken und Chaos. Falsches Anwenden von Fähigkeiten. Alles, was eigentlich schief gehen kann. Ich habe mir den kleinen Murky hier ausgesucht, um einfach das auch zu reflektieren. Denn er ist ein Held, der einfach reinprescht und krepiert. Meistens jedenfalls. Geht sehr schnell, denn ich glaube, er braucht bis ein, zwei Treffer abkriegen, dann ist er weg. Aber er hat dann halt auch eben die Besonderheit, dass er ein kleines Ei setzen kann. Dass seine Respawn-Zeit auf fünf Sekunden verringert. Anstatt wie teilweise dann 30 Sekunden gegen Ende des Games oder noch länger. Und solange sie mein Ei in Ruhe lassen, bringt es ihnen außer ein Fitzelchen-EP nicht viel. Sprich, sie kriegen den Kill nicht zugesprochen. Und gar nichts. So, was ist da los? Hier. Attack. Wie man hier schon mal sieht, Spieler-Level links unten in der Ecke. Ich bin drei, also wirklich noch sehr am Anfang. Ich hatte es vor ein paar Monaten schon mal gespielt gehabt. Und seit dem letzten Vibe nicht mehr. Darum dachte ich mir, es ist jetzt ein recht guter Einstiegsmoment. Jetzt, jawohl. Jawohl, Attacke hier. Charge. Oh Gott. Ich werde so hart geflamed werden. Ich sehe es kommen. Egal. Ladebalken. Immer noch Ladebalken. Dum 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 dum. Dadadadadadadada. Sicherlich bietet sich dieses Experiment auch mal an, dass ich vielleicht mal mit einem oder anderen Zuschauer zusammenspielen kann. Wenn ihr daran Interesse hättet, haut das einfach mal in die Kommentare. Wenn sich das dann dementsprechend mal anbietet. Komme ich auf euch zurück. Und dann legen wir mal zusammen los. Na komm. Na komm. Hopp, hopp. Kusch, 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 kusch. Bewege dich, Baby. Geht doch. So. Gucken wir uns mal an. Äh. Sichtweite Ei. Bewegungsgeschwindigkeit. Schutzblase. Ja. Wappnet euch Helden. Okay. Dann gucken wir mal, wo die Kollegen alle hinwollen. Sind eure Klingen bereit? Dementsprechend schließen wir uns dann einem an. Okay. Einer bleibt noch blöd stehen. Zehn Sekunden. Gehen wir mal und helfen dem Tank. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und auf geht's. Okay. Setzen wir uns erst mal unser Ei hier in. Ja. Da geht's schon los. Setzen wir mal hier hin. Da war schon ein Held zu sehen. Hallo Jungs. Hotmädels. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt den Drachenritter frei. Okay. 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 Gehen wir mal den dann auf der Mittellane stören. So ja, nur nicht. Dann gehen wir mal nach oben zum Helfen. Das war interessant. Wählt ein Talent. Hält mir aus. Höhe Fähigkeiten, Stärke. Ja, das sieht gut aus. Jawohl, der geht auf mein Konto. Jawohl, der geht auf mein Konto. Ich weiß auch. Ja, egal. Schade Aber das Ei steht noch Was nehmen wir jetzt? Ähm Fügt angegrillt Ja Japp 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 Mein Werk ist noch nicht vollendet. Hm, ich glaube das passt. Was ist noch nicht vollendet. 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 Schnell wieder runter und helfen. Dann haben wir die Drachenstatue für uns gewonnen. Hoppala, was war das denn? Jetzt was los. Holt euch den Schein da oben. Mäh, verklickt. Fehlt da nicht jemand, sind wir einer weniger? Ah ne, der ist tot. Okay. Wählt ein Talent. Wählt ein Talent. Okay. Okay. Hossa. Das ging fix. Dann gehen wir den Tyrande wieder helfen. Dann gehen wir den Tyrande wieder helfen. Hoppapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap kurz in der Mitte mit. Das war alles, ja? Ähm, löst beim Sterbenschleim aus. Jo, klingt gut. Hossa! Lass mich durch! Hoppla! Mikrofon gestoßen. Ja, dann geben wir den da oben mal nerven. Obwohl, wir preschen jetzt durch. Vollgas hier. Jawoll. Charge! Attacke! Halte durch! Mighty Murloc is on its way. Hahahaha. Mesh, wieder verkickt. Hahahaha. Doppelkill. Unaushaltbar. Das war's für heute. Schnappt sie euch, Jungs! So, beinne die Hand weg, hier weg, hier weg, 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 weg! Ja, 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 ja! Hilf mir! Ein tödlicher Schlag. Au, 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 au! Bringt dir gar nix! Mein Ei ist noch da. Hau mal zum! Okay, bleiben wir hier und halten die Stellung. Hoffentlich schafft er es da oben, das Ding einzunehmen. Hoffentlich trifft er nicht auf allzu sehr viel Gegenwehr. Verstecken wir uns mal hier drin. Ja, 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 sieht gut aus, sieht gut aus. Na komm, schaffst du. Und los geht's! Machen wir sie platt, Leute! Dann gehen wir kurz raus aus dem Bereich hier. Kicken den weg. Und Murlocs los. Zerstört den Chor, Jungs! Zerstört den Chor! Macht ihn fertig! Los hier, Murlocs! Jawoll, jawoll! Yes! Yes! Murky saves the day! Ja, ich hab's gefallen! Ich fand's ziemlich unterhaltsam jetzt! Ähm... Ja! Abonniert! Kommentiert! Haut den Like-Button, wenn's euch gefallen hat! 1000 Gold! Juhu! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Sprich, nächste Woche Mittwoch! Spiaten-Talente! Juhu! Euer Murky Chibi-Dexter! Bis dann! Ciao, ciao! Outro 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 Untertitelung. BR 2018